Der spirituelle Name Bhagirathi. Bhagirathi ist ein spiritueller Name, der Aspirantinnen gegeben werden kann, die das Mantra Om Namah Shivaya haben. Bhagirathi ist ein Beiname von Ganga. Denn Ganga wurde von dem großen Meister Bhagirath letztlich auf die Erde geholt. Er hatte intensives Tapas gemacht. Bhagiratha heißt übrigens derjenige, der einen glänzenden, einen strahlenden Wagen hat. Was auch heißen soll, dass, wenn du den Namen Bhagirathi hast, dass du voller Strahlen und voller Leuchten bist. Du heißt Bhagi, das heißt Strahlen und Leuchten. Und Rathi heißt Wagen. Was auch heißen soll, dass du letztlich Strahlen und Leuchten zu deinem Fahrzeug machst. Du willst leuchten und strahlen und du willst dich auch vom Strahlen und vom Leuchten Gottes tragen lassen. Also wenn du Bhagirathi heißt, dann soll das heißen, du bist wie die Ganga, reinigend wie die Ganga. Du kommst aus Shiva und damit aus Gott. Und du fließt zurück in den unendlichen Ozean, der auch nichts anderes als Gott ist. Du fließt im Strom des Lebens und du hältst nirgendwo an. Du weißt, alles ist in Veränderung begriffen. Und als Bhagirathi bist du auch Ganga und damit reinigend für alle anderen. Du willst Gutes tun, Gutes bewirken. Und das ist in Veränderung begriffen. Bis dann. Bis dann.